No, not now. Hey! Fri, hi. Hey, ist das wahr? Hörst du mich? Du bist blöd. Du bist so... Hi Fri, hi. Du, du kannst uns ehrlich holen? Ja, ich muss am März nur um den Chef zu sagen, aber ich fahre ja sowieso erst am 9 an. Jetzt wird es vielleicht halb 10, 11. Das ist ja am Morgen um 8 Uhr, oder? Am Morgen um 8 Uhr, ja. Also etwa halb 9 Uhr, bis wir 8 Uhr. Kannst du vielleicht am Nachmittag nacharbeiten, damit du nicht um deine Stunde kommst? Ja, das soll nicht komisch tun, oder? Ein paar Monate bin ich hier arbeiten. Wow. Sicher. Cool. Cool. Ehrlich? Cool. Das ist aber richtig lieb. Weisst du, der Roman ist schon im Militär. Ehrlich, danke vielmals, Bri. Das wäre richtig lieb. Ehrlich, gell? Wow, das ist super. Bri, weisst du, du musst unser Auto nehmen? Mit ihm haben wir keinen Platz. No. Selbst drei Koffer. Unser, das hat ja jetzt der Roman. Und darum rufe ich jetzt auch sicher an. Der Roman hat die Sitzung... Aber frag dich zuerst, ob ihr drei Koffer Platz habt. Nein, bei uns ist es schon eng. Es müssen drei grosse Koffer rein und eins muss noch hinten rein, weil wir das dritte sind. Geht das? Das geht niemals mit ihm. Bei dir mag... Du kennst ihren Kofferraum nicht. Zuerst einmal, kannst du dir vorstellen, mit uns zu fahren? Du hast ja keine Probleme mit anderen Autos zu fahren. Ich denke, es war auch mit früher. Ich habe ja kein Problem gehabt. Aber frag dich doch mal... In den normalen, ganz alt. Ja, weisst du, du könntest mit dem Roman jetzt ja jetzt, und der würde es uns herstellen. Und statt dass es uns herstellt, kannst du es ja mit ihm etwas abmachen.